Willkommen liebe Leute zu Resident Evil Village. Im letzten Part haben wir schon einiges geschafft und jetzt schauen wir mal hier weiter. Da kann man auch so einen Teil noch einsetzen dann. Oha! Irgendwas zum... Cool. Und ja jetzt schauen wir mal weiter. Irgendwann muss ich noch weiter gehen. Nein? Irgendwo und nirgendwo. Irgendwo und nirgendwo. Reingehört. Ah ja. Einen Schrei. Okay. Und... Also danke immer weiter für die Bewertungen und so. Einen Schrei. Einen Schrei. Einen Schrei. Einen Schrei. Achso. So. Das könnte gut passen. Bei Alan hat glaube ich. Na ja. Aber schön ne. Guter Schuss ne. Könnte man sagen. Könnte man sagen. Schönes Häuschen. Ein Teddy. Ein Teddy. Ein Affe. Cool. Auch schön. Ah. Ich bin und inspiriert jetzt der Mal amorgon. Ah. Ah. Was geht eh, ne? Hier geht noch was. Ah ja. Lull. Okay, Werkstatt. Ah ja. Was ist hier dann noch? Okay, Brunnen. Brunnen ist eh klassisch. Gucken wir mal rein. Schau mal. Das ist wahrscheinlich eh da. Warte. Auf jeden Fall waren wir da noch nicht. Wir behaupten. 0,7. Hm. 08. Gute Nacht. Look out the window Steh aus dem Fenster Steh aus dem Fenster Uah Hund feitert mich Alter, der hat mir jetzt gefetzt Guck aus dem Fenster, weißt du 07, 04, 08 wahrscheinlich Nicht wahr? 07, 04, 08 Also 07, 04, 08 Ah ja Wangenheber Ah ja Was haben wir da jetzt? Und A geile Pistol Ist die jetzt besser da? Oder? Oder wie? Wahrscheinlich, ne? Wo hört man wieder was? Ah ja Ah ja entfernt Weißt du Alles Ah ja Ah ja Ah ja Zoran Zoran Aber gar nicht so schlecht, das Böhmchen, ne? So. 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 Ähh, bum bum. Ah ja. Aber dann kann man da schon heben. Ne? Das ist ja cool. Ha! Das Game hat Ideen, ne? Ähm, okay Warum will ich das? Wo muss ich jetzt hin? Da werdet ihr wahrscheinlich besser erkunden können, oder? Achso, mit dem Schornstein muss ich da hin, oder? Ahja, so rüber dann. Von der anderen Seite verschlossen. Schauen wir mal so rüber. Auf jeden Fall muss es ja irgendwie weitergehen. Was ist denn da rote Schornstein überhaupt? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Also. Ein bisschen böse, das spür. Aber gut, muss ja ein bisschen schwerer werden, oder? Ein paar Gegner und so. Da muss ja trotzdem irgendwie zu dem Steinstein. Alles klar. Was ist denn da rein? Sehr gut. Puh. Das ist ja heavy, Leute, oder? Das ist ja heavy. Der Gegner oder der Boss, oder der Boss, wenn anders. Hei, jei. Also da ist ja erst der rote, der muss jetzt noch hin. Das ist ja viel lustig gemacht, ne? Ja, Hühnchen. Hey, Mann. Oh 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 Das heißt da Ah Da ist dann sozusagen der Fernstein Oder bin ich jetzt komplett Nein Ah Ah Interessant Ah Da wird schon fast alles erkundet Dann Die Brunnen Die werden jetzt frei Okay Besser geht es immer Ist klar Ah Schlüssel Warte mal Drei weitere Teile Okay Ah Ah Ja Miranda geopfert Wurde gebracht Keine Nachricht Keine Nachricht Von Miranda Der Vieh ist völlig aus Kontrolle Was ich dort sah War schauerhaft Okay Okay Flüttere das Kind Fert mir schwer Worte zu fassen Mhm Zittere noch immer was hat sie getan Wo er Wer ist das Kind Ich sollte zurück zum Duke Okay Möchte das Spiel das so ja Schließen Schließen Hm Da vielleicht noch was Ach siehste Das ist wieder Auszeit Gut Zurück zum Duke Zurück zum Duke Beziehungsweise Äh Die Körbe Kann man auch noch machen Interessant aber Gut Was ist mit der Tür Kann man das von hier dann noch aufmachen Ah ja Ah das ist schon die Obkürzung Okay Wird sicher jetzt was passieren Und dann Gönnen wir uns Cool Ich feier eh Geschlitzte Tier Dings die Bums Ähm Da ist nochmal ein Brunnen Und da Und da Und da Und überhaupt Ähm Und da rüber schnell Ähm Oben rüber wahrscheinlich Da gibt es auch noch mal Brunnen Da machen wir mal oben rum Da Gibt es auch noch mal Brunnen Kurbel Kurbel Cool Finde ich schon mal nice Wie weit wir sind Halskette mit zwei Fassungen Ähm Schauen wir ja nicht Ah ja das ist schon mal eh ein guter Weg Es ladet oben also könnte sagen wir mal so Ähm Ähm Ah gut da hab ich nicht immer mit was Und Da ist eigentlich immer Action Ähm Gehen wir mal rüber Ah das geht jetzt nur so genau Aber gut wer weiß Aber gut wer weiß Achso Achso Bisschen zu weit oder Oder hier durch Ah ja Cool Hier läuft ne Die Nase läuft Und wenn er eh schon sagt zurück zum Duke Dann ist das ja eh schon ein Hinweis Aber Warum nicht das mitnehmen was am Weg ist Meiter weniger Ähm Kaufmann und Genau äh Gibt es noch mal einen Brunnen hier unten Also einmal rüber Also einmal rüber Das hätte nicht gut sein können Das hätte nicht gut sein können Hä Kann man da nicht rüber Hä Kann man da nicht rüber Oder übern Schwanstein irgendwie So rüber Weißt du Irgendwie Irgendwie Probieren wir es Probieren wir es Da durch Und dann so rüber oder wie Möglich Du Und Duke ist egal Hier druch, genau, und dann komme ich so vielleicht irgendwie nach hinten, hm? Also bin ich auf der Seite dann. Aber da habe ich anscheinend eh was übersehen. Glaube ich. Laut Karte ist es ja noch rot. Hier wäre aber eh nichts, da habe ich alles. Also, da geht auch nichts. Ah, da gibt es doch noch was. Cool. So was man hat, hat man, liebe Leute. Wenn der dann pieprig? Nee. Nee. Schade eigentlich. Ich muss knappen. Ja. Ich muss knappen. Das ist irre, oder? Ja, da haben wir ja schon einiges gefunden, cool. Außer die Dietrichs. 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 Na ja, und schon wieder haben wir ein halbes Stündchen fast weg, ne? Ah, da nehmen wir den Dietrich, gell? Wenn er schon da ist. Ist ja verdächtig. Wahrscheinlich in Harmonie oder so, aber egal. Na ja, ich auch viel zum Moni. Ob sie das nicht ausgezahlt hat, dann weiß ich ja. Cool. Hat sich ausgezahlt, würde ich sagen. Äh, dann sind wir ja überall ziemlich durch. Ja, ja, ah, ah. Da zum Schmiedeschüssel habe ich ja auch, komme ich irgendwie nicht hin. Aber gut, wird sich schon noch irgendwo ergeben, ne? So, da wieder zurück. Genau. Cool, äh, cooler Aufbau. So. Nein. Da kann man dann auch kürzen. Oder? War das netzer? Genau. So, da. Schauen wir mal zum Juki. Juki, Juki. Juki, Juki. Vier gefügelt erschließen. Ist ja mit Vorgeln. Vier. Achso. Da hab ich ja schon vier. Der hat sechs. Gibt's sonst noch was? Na. Vier. Gibt's jetzt noch wo? Ne. Vier. Ah, okay. Doch, da. Das ist ja eher im Weg. Na, und? Etwas herausgefunden? Hm, hm. Habt das gefunden. Nun sagen Sie mir, wie ich das in Ordnung bringe. Ganz ruhig. Erst musst du mit diesem Schlüssel die anderen Flakons mit Rose finden. Wo sind die anderen? Es gibt vier insgesamt. Einen hast du, die restlichen haben die Grafen. Grafen? Oh. Oh. Mitrescu. Die zweite lebt tief im Nebel des Tals. Die Puppenmacherin Donna Beneviento. Keiner ihrer Spielgefährten hat das modrige alte Anwesen je verlassen. Der dritte ist Moreau. Ein sonderbarer Zeitgenosse, der im Stausee bei den Windmühlen wohnt. Okay. Allerdings soll nicht nur er in dem See sein Unwesen treiben. Der vierte und gefährlichste ist Heisenberg. Er arbeitet in der Fabrik außerhalb des Dorfs. Was er da macht, sagen wir, manche menschliche Fantasien sollten Fantasien bleiben. Mhm. Wow. Neukade-Robot. Ah, da sind uns noch ein paar Schätze. Ah, da kommt er eh nicht hin. Aber die Kirche kann ich wieder speichern dann auch. Cool aber. Wenn du deine Tochter wirklich retten willst, musst du alle vier Flakons finden. Mhm. Ich habe die Aufenthaltsorte der Grafen auf deiner Karte für dich markiert. Im Dorf gibt es einiges an Schätzen zu holen. Ich bin sicher, sie werden dir von großem Nutzen sein. Warum helfen sie mir? Das ist alles Teil meines vorzüglichen Kundenservice. Schön. Lass dich bald mal wieder blicken. Natürlich. Stets zu diensten. Oh, ich weiß da was. Finde ein paar gute Zutaten und bring sie zu mir. Okay, warte mal. Ähm. Wertvoll. Wertvoll. Kombinierbar. Okay. Okay. Kombinierbar. Ah, ja. Fertig. Hast du auch nicht. Ob mal das, was kombinierbar ist. Du hast es vergessen. Ah, ja, ja. Okay. Nehmen wir mal was geht's. Okay, nehmen wir mal was geht's. Wo kombinierbar ist, das lassen wir noch. Jetzt ist es nämlich ein Holztierengar. Ah, ja, nice. Wie kommst du denn an so ein Schmuckstück? Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Warte mal, da kann ja die Fahrkraft 160. Da kann ja mal heute ein bisschen eigentlich verkaufen. No. Ja. Die. Ähm. Lemi. Lemi. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Lemi. Reicht ja. Dreißig. Nehmen wir mal ein Zusatzkorb. Das ist ein sehr gefragtes Produkt. Das ist 4.000, ja sicher. Rohrbomben, ne man. Da hattest du ein Auge drauf, was? Die Lemi gibt er wieder her, ist klar. Cool. Essen ist Leben. So, da. Aha, was ist der Haupt? Aha. Hattest du nicht verkaufen sollen? Ja doch. Wahrscheinlich, ne? Aber dann kocht er ja gut. Bis nächstes Mal. Egal. Da hättest du fett gekocht dann. Egal. Da hättest du fett gekocht dann. Ja, das kann man immer noch vielleicht. Ja, das kann man immer noch vielleicht. Bewegen. Bewegen. Sag mal. So, kurz das speichern. Das ist ja nie verkehrt, ne? Ja. Achso, da. So, da. Dann habe ich die ganzen Tierchen aber sonst gekillt. Eigentlich voll dumm. Das muss man umgeben. Ja, Fail. Egal. Ähm. Na dann, sieh dich in aller Ruhe um. Das ist schade, ne? Weil sie ihn verkauft habe, ist es wie weg. Schade. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Genau, da. Na, was? Hm? Was? Ah, schon gut. Das war's. Auf Wiedersehen. Tschö. Tschö. Oh, mal schauen. Hab ich doch vier, oder? Was? Was war's, ne? Genau. viel geflügelt der Kelch 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 das sieht sicher wieder aus der Kelch 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 Cool der Kelch der Kelch der Kelch aus der Kelch 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 der Kelch